Wer ist noch der Meinung, es gab viel zu lange keine schönen Python-Job-Interview-Questions mehr? Das ist natürlich genau meine Meinung und deswegen dachte ich mir, hey, wir könnten uns mal wieder einen angucken. Und zwar habe ich diesmal sogar eine von Google für euch mitgebracht. Google hat in ihrem Job-Interview gefragt, also wenn man sich quasi im Vorstellungsgespräch bewirbt, dann muss man eine kleine Aufgabe lösen und zwar live. Und genau so eine Aufgabe wollen wir uns hier mal ganz kurz angucken. In dem Fall nennt sie sich Gap-Intervals. Das bedeutet so viel wie, also unsere Aufgabe ist, welche Teile hier innerhalb dieser Zahlen fehlen. Also was genau fehlt und zwar mit der unteren Schranke 1 und der oberen Schranke 15 in unserem Fall. Wir sollen natürlich eine Lösung bauen, die nicht nur hierfür funktioniert, sondern generell für alle möglichen Sachen. So und da haben wir jetzt mal folgende Situation. Wir haben hier 1, 3, 5, 10, 12 und 13 und die Ausgabe soll werden folgendes. Wir haben, also wir fangen bei der 1 an und wir sollen bis zu 15 hochgeben. So die 1 haben wir, dann fehlt uns natürlich die 2. Es fehlt uns, ups, es fehlt uns die 4. Es fehlen uns alle Zahlen von 6 bis 1, schließlich 9. Es fehlt uns die 11 und es fehlt uns die 14 und die 15. So und wir sollen hier tatsächlich Intervalle abbilden. Das bedeutet von wo bis wo. Das heißt, wir können hier als Ausgabe eine Liste erwarten. Und übrigens, wenn ihr in einem Jobinterview Fragen habt oder sowas, dann könnt ihr die natürlich immer auch stellen, wenn es nicht eindeutig formuliert ist. Das sind Informationen, die euch dann einfach noch gegeben werden. Okay, also folgende Situation. Wir können hier nicht einfach 2 zurückgeben, sondern wir geben an 2 bis 2, weil uns nur eine Zahl fehlt. Wir geben nicht an 4, sondern wir sagen 4 bis 4. Wir geben nicht an 6 minus 9, sondern wir geben natürlich an 6 bis 9, also quasi als Tupel. Das ist einfach so ein von bis Intervall und wir geben hier an 14 und 15, also 14 bis 15 im Endeffekt. So, das heißt, das ist die Ausgabe, die wir hier jetzt dann erwarten. Und dazu müssen wir irgendwie dahinarbeiten. Jetzt natürlich die Frage, was genau machen wir? Also, wir fangen mal an und zwar mit dem einfachsten Fall. Wir müssen natürlich auch immer die Randfälle bedenken. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was passiert denn, wenn hier diese Liste einfach leer ist oder wenn sie gar nicht übergeben wird. Also quasi, wenn hier Nun übergeben wird. Das wäre ja durchaus auch möglich, dass ich hier einfach Nun übergebe. Das kann man natürlich auch machen. Dann, was machen wir? Naja, wir überprüfen das Ganze einfach. Das heißt, if not numbers or len von numbers gleich 0. Das heißt, wenn wir eine leere Liste kriegen, was machen wir dann? Naja, dann geben wir einfach, dann geben wir direkt was zurück. Und zwar eine Liste von Lower Bound, das ist diese unsere Grenze hier, also von 1 bis 15, wenn wir gar keine Zahlen haben. Ist ja klar. Das heißt, wir sagen hier Lower Bound, Upper Bound und damit sind wir hier auch eigentlich schon fertig. Das ist natürlich der einfachste Fall. Den müssen wir aber abfangen. Nicht, dass wir hier irgendwie Schwierigkeiten bekommen, falls eventuell wir auf die Numbersliste zugreifen. Am Ende haben wir eigentlich gar keine Numbersliste. Das wäre natürlich doof. So, und jetzt gehen wir einfach her und wir starten das natürlich. Das heißt, wo können wir als erstes ein Intervall haben? Nun, nehmen wir mal an, wir starten bei 1 und wir haben aber die 1 gar nicht, sondern wir fangen mit der 3 hier an. Dann müssen wir angeben, okay, die Zahlen von 1 bis exklusive 3 fehlen uns. Darf ich hier aber nur inklusive Zahlen reinschreiben, die uns fehlen. Also von 6 bis 9, das heißt nur die Zahlen, die auch wirklich fehlen, die sind beide inklusive, also die 6 und die 9, müssen wir irgendwie angeben, 1 bis 2 fehlt uns. Und wie geben wir das an? Naja, wenn wir überhaupt sowas haben, dass die erste Zahl hier fehlt, das haben wir in dem Fall eigentlich gar nicht, müssen wir natürlich erstmal uns, ähm, Quatsch, nicht returnen, sondern, ähm, ich will eigentlich, lass uns einfach mal so eine, äh, Gapsliste aufführen. Und wir machen das natürlich jetzt nur für die erste Zahl, wenn wir überhaupt einen Platz vor unserer ersten Zahl haben. Das heißt, wenn dieses, dieser Startbereich hier vor unserer ersten Zahl liegt, das heißt, ähm, if Lower Bound kleiner ist als, äh, Numbers von 0, dann haben wir da offensichtlich eine Gap und können hier sagen, Gaps.append. Und ja, jetzt können wir hier einfach anhängen, was wir wollen, also sowas wie, äh, Lower Bound bis, naja, bis wo? Wir müssten jetzt hier, ich mach nochmal kurz das Beispiel, wenn wir diesen Teil hier nicht haben, dann müssen wir von 1 bis 2 gehen. Also beides sind ja inklusive, das heißt 1 und 2 müssen da rein. Ähm, die erste Zahl hier ist allerdings die 3, also was machen wir? Naja, wir gehen auf Numbers von 0, minus 1, damit wir quasi 1 vorne dran halten können. Und nehmen wir an, wir haben jetzt hier die 1 nicht, die 2 haben wir, naja, dann gehen wir von 1, das ist ja unser Lower Bound, bis zur Zahl, also bis zur 2, minus 1. Das heißt, von 1 bis 1, das wäre dann genau das, wir haben eine Zahl, die uns fehlt. Und genau das ist ja hier das, was wir brauchen. Okay, das wäre der Fall, das ist schon mal gut. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Liste, das heißt, wir können hier quasi durchdrehen, denn wir wissen, die erste Zahl ist auf jeden Fall jetzt enthalten, weil das haben wir hier oben gerade abgefragt. Das heißt, die erste Zahl ist schon abgedeckt. Okay, das heißt, wir gucken quasi die Zahl danach an. Also, ähm, jetzt können wir durch iterieren, durch unsere Liste, das heißt, wir sagen hier 4i, ähm, in, naja, im Endeffekt in der ganzen Range. Das heißt, von wo fangen wir an? Ähm, wir starten. Wobei, noch viel cooler ist es, also, ich habe die, wie gesagt, auch nicht vorbereitet oder sowas, ich mache die jetzt quasi auch live mit euch, das mache ich ja immer so mit den Interview Questions. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir hier Enumerate benutzen? Ähm, Enumerate liefert euch für ein Itterable eben zwei Werte raus, das heißt, einmal bekommen wir hier, ach, das gibt es hier gar nicht, äh, schade, okay, ich dachte, das wird hier direkt schön für uns, doch, hier ist es. So, ähm, Enumerate sagt euch, ähm, wir starten mit 0, also die erste Zahl, die zurückgegeben wird. Das ist immer ein Tuple, ähm, das ist quasi unser Zählindex und das zweite ist quasi unsere Zahl. Das heißt, das ist für euch so ein kleines bisschen, äh, angenehmer und entspannter, das euch anzugucken. Also, gehen wir hier einmal kurz durch unsere Num, ups, Numbers durch. Und, ähm, die Sachen, die jetzt hier zurückkommen, sind im Endeffekt hier der Index und die Number. Und das ist im Endeffekt im ersten Fall 0 und 1, im zweiten Fall 1 und 3, 2 und, äh, 5 und so weiter und so fort. Also immer quasi der Index plus die Zahl, die dazugehört. Da muss man nicht mal drauf zugreifen, das ist ziemlich angenehm. So, und ja, jetzt müssen wir hier quasi uns überlegen, okay, was passiert denn in diesem Fall? Also, in unserem Fall wäre ja in der ersten Iteration hier unsere Zahl die 1, unsere nächste Zahl wäre die 3. Die beiden vergleichen wir jetzt miteinander und unterscheiden mal hier, ob wir überhaupt einen Spalt drin haben. Wenn wir hier eine 2 als nächstes haben, dann vergleichen wir die 1 und die 2 und dann wollen wir quasi nichts machen. Das heißt, ähm, wir sagen, ähm, was sagen wir denn? If Numbers, ups, Numbers von Index plus 1, also der quasi da hinten dran, das wäre jetzt in dem Fall die 2. Wenn wir die 2 haben, minus die aktuelle Zahl, ähm, wenn das gleich 1 ist, dann continue. Dann interessiert uns das, was hier drin ist, nicht, weil dann haben wir hier 2 und 1, da ist keine Gap dazwischen, da können wir quasi einfach weiterlaufen. Das heißt, wir überspringen alles, was danach kommt. So, in diesem Fall hier haben wir aber eine Gap dazwischen, wenn wir hier landen, das wäre dann hier 1 bis 3. Und, ähm, da müssen wir natürlich dann die 2 bis 2 ausgeben. Das heißt, was genau geben wir eigentlich aus oder was genau hängen wir in unsere Gaps hinten dran? Naja, eigentlich ist es relativ simpel. Eigentlich sagen wir hier direkt einfach nur, ach so, Quatsch, Gaps Punkt, ups. Gaps Punkt, append. Ähm, die erste Zahl, die da rein muss, ist natürlich nicht die 1, sondern die 1 danach, also nach der 1. Das heißt, wir sagen hier Num, ähm, plus 1. Und die Zahl, die als nächstes ran muss, ist natürlich die Numbers von i plus 1, minus 1. Ähm, das heißt, wir würden hier quasi starten. Number ist aktuell unsere 1, das heißt, Number, also plus 1, also 2, das wäre das linke Intervall. Oder halt der linke Start vom Intervall. Und wir gehen bis Numbers von i plus 1, minus 1. Naja, das wäre die 3, das ist Numbers von i plus 1, 3. Aber die 3 darf ja nicht drin sein, weil die 3 haben wir ja als Zahl, also ziehen wir 1 davon ab. Wunderbar. So, und was haben wir hier? Ähm, unexpected argument. Ähm, das ist natürlich logisch. Wir wollen hier auch eigentlich ein Tupel draus machen. Wir haben ja gesagt, wir machen hier Tupel in unsere Liste namens Gaps rein. So, ähm, jetzt ist mir gerade was aufgefallen und zwar, wenn ich hier von Numbers von i plus 1 gehe, also da drauf zugreife, dann habe ich natürlich hier irgendwann ein Problem. Denn ich kann auf Numbers von i plus 1 nicht mehr zugreifen, wenn wir hier hinten sind. Das heißt, das wird mir auf jeden Fall einen Out-of-Bounds-Fehler liefern. Ähm, und deswegen muss ich hier leider doch wieder auf die Range zurückgehen. Also, gehen wir hier auf Range von Numbers. Und übrigens, sowas ist im Vorstellungsgespräch auch nicht schlimm. Ihr könnt es ganz einfach dann, äh, ganz normal weitermachen. Solche Fehler macht man nun mal, aber es ist gut, wenn ihr sie findet. Und das will ich damit sagen. So, Numbers von i, ihr müsst nun wirklich richtig wieder reparieren dann auch. Und dann haben wir hier auch Numbers von i. Ähm, und Numbers von i ist natürlich jetzt hier auch die 1. Und hier oben haben wir auch die 1. Und das ist auch wunderbar. So, ähm, jetzt nächste, oder nächstes Ding ist im Endeffekt, ähm, wenn wir durch die Liste durchgelaufen sind, dann haben wir ja hier eigentlich, und dann könnte man das auch wieder anders machen, ist egal, machen wir gleich. Ähm, wenn wir hier durch die Liste durchgelaufen sind, müssen wir natürlich 1 vorher aufhören, sonst gibt es mir hier wieder einen Fehler. Das bedeutet, wir laufen nur von Range auf, apropos, äh, Len, ups, sorry, da habe ich gerade was, äh, gehotkeyt, Len von Numbers, mein kleiner Finger hat hier links auf diesen Hotkey bei mir gedrückt, nicht so wild, ähm, von Len von Numbers minus 1. Das heißt, wir laufen natürlich, ähm, nicht komplett durch, sondern wir sparen uns sozusagen die letzte Zahl aus, weil, wie gesagt, dann würden wir hier quasi auf die Zahl danach zugreifen. Was wir auch machen könnten, wäre hier die 15 reinzupacken in unsere Zahlen, aber das Problem ist, ähm, dass wir hier dann die 15 als, ja, die Zahl haben wir, interpretieren würden, und das haben wir nicht. Also die 15 ist ja tatsächlich eine fehlende Zahl bei uns, also finde ich so tatsächlich übersichtlicher, ähm, und deswegen gehen wir jetzt hier tatsächlich einfach mal her, und wir sind hier eigentlich soweit durch. Das heißt, ähm, jetzt müssen wir noch den Fall machen, okay, was ist denn mit der letzten Zahl? Ist die letzte Zahl wirklich dieses Ding hier hinten? Falls ja, okay, dann sind wir durch. Falls nein, dann müssen wir natürlich hier immer noch die, ähm, das hintere Array dran hängen. Das heißt, die 14, 15, die fehlen hier. Wenn wir hier natürlich die 15 haben, dann wird die 14 hier automatisch reingepackt durch diese Vorschleife, aber in unserem Fall ist eben die 15 nicht da, und wir möchten die 14 und die 15 natürlich hier noch haben. Also, was machen wir? Ähm, noch eine ganz kleine If hierbei, und zwar if, ähm, Numbers von minus 1, also die letzte Zahl, die 13 in unserem Fall, wenn das kleiner ist als die Upper Bound, also die obere Grenze, dann wollen wir bitte noch die anderen Zahlen dran hängen, und das machen wir auch ganz easy, indem wir hier sagen, Gaps.append, und natürlich muss es wieder ein Tupel sein. Das für ein Tupel, naja, Numbers von minus 1, äh, von minus 1, also das Ding hier, das ist die Zahl 13, die wollen wir nicht drin haben, also sagen wir plus 1, und das ist hier echt kleiner als Upper Bound, das heißt, wir haben auf jeden Fall hier die Möglichkeit, und wir gehen als obere Grenze bei unserem, ähm, bei unserem Intervall natürlich die Upper Bound an. So, dann machen wir das Ganze einmal schön, und dann können wir das eigentlich auch schon zurückgeben, Return Gaps. So, und damit haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen, wir gucken uns das mal ganz kurz an, und es sieht so aus, 2, 4, 4, 6 bis 9, 11 bis 11, 14 bis 15, genau das, was wir eigentlich haben wollten. Jetzt könnte ich hier natürlich gerne ein bisschen rumspielen damit, das heißt, wir können hier mal bis 20 hochgehen, was haben wir denn da? Aha, wir sind von 14 bis 20, wer hätte es gedacht? Was passiert denn, wenn wir hier die 17 reinpacken, und was passiert, wenn wir die 20 noch reinpacken? Ja, dann sind wir hier bei 18 bis 19, und die 20 ist hier nicht mehr drin, das ist wunderbar. Was passiert, wenn wir hier die 1 wegmachen? So, ähm, dann haben wir hier von 1 bis 2, 4 bis 4, und so weiter und so fort, also alles genauso, wie wir es haben wollen. Was passiert aber, wenn wir hier minus 101 reinstecken? Dann haben wir hier einfach das Intervall von minus 101 bis 2, 4 bis 4, und so weiter und so fort. Wo alles bei uns kaputt geht, ist folgende Situation. Wenn wir hier zum Beispiel eine nicht kleinste Zahl haben, das heißt, wenn diese Liste hier nicht sortiert ist, dann geht natürlich alles kaputt. Ja, das ist ganz klar. Ähm, dann würden wir hier von, ähm, minus 101 bis 3 gehen, ähm, weil eben hier diese 4 1 größer ist als 3. Also wir denken, dass die 4 die erste Zahl und damit auch die kleinste Zahl ist, aber danach gehen wir von 4 bis 3, und das ist ein bisschen weird, denn wir versuchen erstmal bei 4 1 zu erhöhen und danach die 3 anzunehmen. Da versuchen wir 1 zu entwidrigen. Das heißt, wir gehen von 5 bis 2. Und da geht natürlich dann alles kaputt. Das heißt, wir müssen hier eigentlich annehmen, dass das Ganze, äh, dass das Ganze hier sortiert ist. Ähm, und hier dachte ich mir, könnte ich euch mal wieder einen One-Liner zeigen. Das ist nämlich eine ganz angenehme Sache. Und zwar, wir asserten jetzt, also wir nehmen an, dass die Liste sortiert ist. Ansonsten ist halt nicht gut. Ja, ansonsten sagen wir, halt, stopp, das geht so nicht. Oder was ihr auch machen könnt, ist natürlich, ihr könnt die Liste auch einfach selber von Hand sortieren. Alles beides ist in Ordnung. Ähm, diese Funktion sollte nicht aufgerufen werden, wenn die Zahlen hier nicht sortiert sind. Das heißt, wenn für alle Zahlen gilt, also für all Numbers innerhalb unserer Numbers-Liste, wenn da gilt, Numbers von i ist kleiner gleich Numbers von i plus 1. Und zwar für jedes i in Range von der Länge von Numbers minus 1. Okay. Was genau heißt das jetzt hier? Also, folgendes. Ich mach das mal ganz kurz. Dann sehen wir hier Assertion Error. Das ist natürlich richtig, denn hier, die sind einfach nicht sortiert. Das heißt, wir fehlen, äh, wir fehlen quasi absichtlich. Wir schmeißen sozusagen eine, einen Fehler hier raus aus der Gap-Intervalls-Funktion, falls irgendwas schieflaufen sollte, falls die Zahlen hier offensichtlich nicht sortiert sind. Und diese Sortierung, dieser Sortierungs-Check ist super geil. Den könnt ihr euch gerne mal rauskopieren. Und zwar all von Numbers. Also all bedeutet, all diese Bedingungen müssen wahr sein. Wir packen hier sozusagen mehrere Booleans dran, mehrere Überprüfungen und sagen, jedes einzelne davon muss gelten. Und dann sagen wir, okay, was sind denn die einzelnen Bedingungen? Naja, die Zahl an der Stelle i muss kleiner oder gleich groß sein. In unserem Fall muss sie sogar echt kleiner sein, als die Zahl an der Stelle danach. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt hier eine 4 habe, dann muss hier hinten dran mindestens eine 5 kommen oder irgendwas, was größer ist als 5. Das wäre sozusagen diese Bedingung. Also sie sind, ähm, sie sind sortiert und sie sind kontinuierlich steigend. Das ist quasi unsere Bedingung hier. Und zwar für alle Zahlen innerhalb der Liste, minus 1, die letzte Zahl, lassen wir weg, weil wir hier natürlich wieder 1 überprüfen, ähm, und damit wir hier nicht out of bounds kommen. So, das heißt, ähm, es ist nicht erlaubt, dass wir hier, äh, das machen. Und was wir hier auch noch reinpacken können, das ist vielleicht auch noch ein assertwert. Numbers von, äh, 0 ist kleiner gleich, ähm, lower bound. Und wir asserten, dass Numbers von minus 1 größer ist oder gleich, äh, Moment, gerade andersrum. Ähm, wir asserten natürlich hier, dass Numbers von 0 größer gleich lower bound ist und wir asserten hier, dass Numbers von i klein, äh, treu mich nicht so, äh, kleiner gleich upper bound ist. Denn wir wollen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier angeben würde, wir starten bei minus 105, ja, dann würde das natürlich auch nicht funktionieren. Ah, okay, das habe ich jetzt gerade hier eingecheckt. Das passt. Aber wenn wir das jetzt so ausschönen, würde das auch nicht funktionieren. Dann würden wir von minus 104 im Intervall gehen bis hin zu 2. Das ist zwar richtig berechnet hier, das wäre auch das Intervall hierbei, aber unsere untere Grenze ist ja minus 101. Und deswegen kann man hier durchaus, habe ich jetzt die Asserts wieder drin? Ja, genau. Deswegen kann man hier durchaus mit den Asserts arbeiten und sagen, ja gut, diese Funktion darf nur aufgenommen oder aufgerufen werden, wenn alle Zahlen sortiert sind und echt steigend. Also jede Zahl muss größer sein als die davor. Ansonsten können wir quasi auch keine Bounds richtig machen. Ansonsten habe ich hier sowas wie 3,3,5. Das würde auch nicht richtig funktionieren. Und das Nächste ist eben, dass die erste Zahl größer sein muss als die untere Grenze oder gleich groß. Und die zweite Zahl muss kleiner oder gleich groß wie die obere Grenze sein. Solche Sachen könnte man hier auch wunderbar noch einbauen, dass man eben hier auch wirklich alle Missstände sozusagen fertig hat. Und das wirft euch einen Fehler, wenn das eben nicht gegeben ist. Der sieht dann so aus Assertion Error. Ihr könnt natürlich auch ordentlich mit Throws arbeiten, aber das muss jetzt hier in unserem Fall glaube ich nicht sein. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Ein bisschen was zusätzliches gelernt heute war ein bisschen anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir gerne Bescheid und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.